Ah, ich war da drin in den Auto. Ganz ruhig. Hilfe! Hier kommt so ein bisschen sauber her. Machst du noch aus dem Ding raus? Oh ja! Okay, dann hast du hier alle so weit hoch. Hier läuft der jetzt hin? Hier rein! Ach, der Schuss. Oh mein Gott. Nee, das ist ein Mauer. Wollt ihr sein Türchen? Hier läuft's rein. Ach, der Schuss. Hier läuft's zu. Wollen wir da runterfahren? Oh, jetzt sind wir geblinkt. Oh mein Gott. Weil die alles betoniert haben. Das riecht sich jetzt. Scheiße. Wollt ihr nicht? Oh mein Gott, wir sind fertig. Machen wir? Hör nicht, das geht weg. Oh mein Gott! Oh mein Gott, das ist so. Ah mein Gott, das ist so. Alles rauskoschen? Das ist doch das Brück nicht mehr.